Seid noch! Oh ja! Hallo! Hallo Oh ja! Oh ja! Was geht ab Leute? An der TUM? Wofür steht gerade eigentlich TUM? Da steht Technische Universität München. Ein bisschen Auftritt von zwei Freunden von mir. Da dachte ich mir, schauen wir vorbei. MyFest und da war auch irgendwie so ein Marathon. Also TUM geht gerade krass ab. Ich erinnere mich an das Uni-Video, was ich euch versprochen habe. Da musste ich mich mal mit dem Kollegen Rea treffen und dann über Uni, Zukunft, Blabla reden. Hier gibt es übrigens auch zwei Trigger reden. Also die TUM hat getriggert, bevor das mit dem Triggern überhaupt bekannt war. Haben die halt aus Versehen zufällig immer getriggert. Also die Studenten hier hatten am Anfang die meisten Mutual Rates. Jetzt zeige ich euch ein bisschen was vom Auftritt und dann rein. Allgemein von der TUM, weil die fasziniert mich gerade richtig. Krasse Gebäude. Kein Vergleich zur LMU, wo ich halt war. Und die Fläche hier ist auch riesig. Das ist nur eine Fakultät. Und die ist riesig. Das ist sogar ein Museum. Also hier ist echt übertrieben. Oida, was geht ab Leute, Hunger? Das was ihr gerade gesehen habt, war gestern Abend. Da war ich an der TUM. Da hatten zwei Freunde von mir einen Auftritt. Haben mir mal vorbeigeschaut. Also ich habe vorbeigeschaut. Die mussten auftreten. Und da war echt eine Menge los. Also TUM, Technische Universität München. Das ist ein bisschen außerhalb. In Gartingen ist das. Und ich war an der LMU. Ludwigs Maximilians Universität in der Innenstadt. Oder relativ in der Innenstadt. Und das ist schon ein großer Unterschied. Also erstmal gibt es einen großen Unterschied, was wo studiert wird. Aber auch an sich die Universitäten. Die TUM hat halt einen richtig, richtigen Campus. So stelle ich mir halt die ganzen Colleges in Amerika vor. Auf jeden Fall. Da war halt ein Marathon. Da war halt dieses MyFirst. Die hatten sogar, habt ihr glaube ich noch am Ende gesehen, ein Riesenrad aufgebaut. Also echt krass, was dort abgeht. Und der Besuch dort hat mich auf zwei Ideen gebracht. Idee Nummer eins. Ich habe euch ja dieses, dieses Uni. Ich weiß nicht, ob man es ein Beratungsvideo nennen soll. Aber meine Erfahrung, meine Weisheiten, Zwecks, Studieren, Abi, was soll man machen, Ausbildung, Ausziehen. Ihr wisst schon was. Alles rund um BAföG. Alles rund um einfach meine Weisheiten, meine Erfahrungen. Wie gesagt, da wollte ich das mit dem Kollegen Miat machen. Und, das ist schon lange geplant, aber nicht vergessen, ich werde es auf jeden Fall demnächst mal anpacken und dann endlich mal drehen für euch. Und die zweite Idee, die ich hatte, ist so verschiedene Teile von München abchecken. Das war das erste Mal, dass ich an der Tumba in Garching war und Pokémon dort gespielt habe. Ich war überrascht über die ganzen Stops, die Arenen. War alles neu für mich. Hätte, hätte ich gerne erforscht. Deswegen die Idee, videotechnisch dort verschiedene Stadtteile hier zu erforschen, zu erkunden, was da Pokémon technisch geht, aber auch das Gebiet an sich. Ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, da herumzustreunern, aber ich hätte gerne den ganzen Campus, die ganzen Gebäude erforscht. Das wäre, glaube ich, auch geil gewesen auf Kamera, auf Video. Und dann halt, wie gesagt, die neuen Gebiete, die Stops, die Arenen. Zwei X-Ray-Arenen. Also überlege ich mir das. Vielleicht da so ein neues Segment. Stadtteile abchecken, erforschen in München. Und dann können wir uns ja langsam ausbreiten. Augsburg, Regensburg, Nürnberg, Deutschland, die Deutschland-Tour. Schauen wir mal. Aber das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ansonsten werde ich jetzt dann gleich über die Maps reden, weil sonst ist nicht viel passiert. Nokcan und Kapilz-Rate muss ich noch machen. Beide heute nicht gesehen. Ich habe einen Latias-Rate mitgenommen, aber das war es eigentlich. Ein ruhiger Freitagnachmittag. Deswegen gehen wir jetzt über die Maps. Da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Maps sind... Tod. Tod. Und das betrifft leider alle Maps. Es gibt eine Firma. Und ich check echt nicht, wieso das echt nur eine Firma ist. Und zwar ist es Bosland. Die arbeiten an einem Hashing-Key. Das hatte mir mal ein Zuschauer unten in die Kommentare geschrieben, was genau dieser Hashing-Key macht. Habe ich wieder vergessen. Ist aber für uns eigentlich auch vollkommen irrelevant. Ich kann euch nur sagen, dass Niantic da an der API immer was ändert und dadurch die nicht weiterkommen, um diesen Hashing-Key und die API zu cracken. Hacken. Cracken. Hacken. Was auch immer der Unterschied ist. Und früher hat Niantic das nicht so oft gewechselt. Dadurch konnten die das entschlüsseln, sag ich jetzt mal. Und dann liefen die Maps. Jetzt kam dann der Zwischenfall, wo Niantic das mal nach langer Zeit wieder geändert hat. Und dann dachte man sich, ja okay, Bosland, die werden das wieder entschlüsseln, brauchen nur eine Weile. Aber seitdem ändert Niantic das immer und immer wieder. Und auf gut Deutsch gesagt, ist es irgendwie jetzt dann nicht mehr die Mühe wert, das zu entschlüsseln. Bosland hat sich dazu geäußert und die meinten, Hoffnung ist noch nicht vorbei. Die arbeiten immer noch dran. Aber die meisten sehen schwarz. Auch Philipp habe ich letztes Mal bei einem Essen getroffen. Der meinte auch, eigentlich gibt es da nicht so viel Hoffnung. Vielleicht kommen sie irgendwann mal wieder, wenn der Niantic nicht aufpasst. Und dann denken sie, ja okay, alle Maps sind tot. Brauchen wir das jetzt nicht ständig zu ändern. Und dann BAM. Eine Nacht. Purge. So wie die richtige Purge. Eine Nacht im Jahr, wo alles geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas für euch passieren kann. Aber dass so konstant eine Dauer auf dem Map läuft, wahrscheinlich nicht. Ungelogen. Ohne Map ist halt echt ein bisschen langweiliger. Ihr wisst, ich bin ein großer Map-Fan. Hat halt echt diese Nervenkitzel, diese Jagd gebracht. Und ohne, da fehlt halt ein bisschen was, bisschen Action. Auch für Videos, die Überklassenfänge, Highlights fehlen einfach. Also das war das Update zu den Maps. Sehr wahrscheinlich tot. Die Hoffnung ist zwar noch nicht komplett, komplett tot. Aber ich würde erstmal nicht damit rechnen. Vielleicht passiert ein Wunder und irgendwann kommt sie wieder. Aber jetzt für eine Weile erstmal nicht. Vielleicht plant Niantic ihre eigene Map. Zumindest auf jeden Fall kann ich es mir vorstellen für Raids. Vielleicht auch für Spawns. Ziemlich sicher niemals für IV. Aber da denke ich, gehen die eh was für, um IVs zu boosten. Aber dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Ansonsten noch ein Thema jetzt zum Abschluss. Und zwar das nächste Event wurde geleakt. Es ist wieder Adventure Week. Auch bekannt als das Gesteinsevent. Letztes Jahr das Gesteinsevent ging krass ab. Damals war Lavita noch sehr, sehr begehrt. Und ich erinnere mich noch, also ich nicht persönlich, aber die Kollegen, die haben Tag und Nacht, die ganze Woche über, Lavita gejagt. Okay, jetzt ist eh vorbei, weil keine Map mehr läuft. Deswegen wollte ich auch nochmal drüber gehen. Und zwar war ich ja enttäuscht, wegen dem Kampf Event, dass ich wahrscheinlich 100% Nokcan und 100% Capoeira verpassen werde. Aber zum Glück, oder was heißt zum Glück, aber die Spawnen halt nicht so oft. Oder gar nicht erhöht. Die gibt es halt in den Raids. Also Nokcan und Capoeira. Keine Ahnung, was mit Capoeira ist. Aber die Spawns von Kigli, Nokcan und Capoeira sind nicht erhöht. Das heißt auch höchstwahrscheinlich, dass ich die nicht verpasse als 100% ohne Map jetzt. Aber was ich verpassen werde, falls es echt stimmt mit dem Gesteinsevent jetzt, das dann als nächstes kommt. 100er Aerodactyl. 1490 aus dem Mai, 1490 aus der Raid und nicht 1490 aus der Quest. Das fehlt mir noch. Einer der seltenen. Letztes Jahr wurde nur auf Lavita gescannt. Damals wurde nicht alles gescannt auf IV. Und ja, da kam sicher irgendwann Aerodactyl 100, aber haben wir nicht gescannt danach. Leider. Auf jeden Fall, ich kann mich gar nicht erinnern, was letztes Jahr alles beim Gesteinsevent so für Boni kamen. Checkt nochmal das Gesteinsevent ab. Und ihr werdet sehen, ich halte hier auf dem Laufenden, sobald ich mehr weiß, kommt ein neues Video, Ankündigung zum Gesteinsevent, falls es stimmt. Aber das war es erstmal von mir. Zusammenfassung. Das Uni-Video wird demnächst kommen. Vielleicht ein paar Videos, wo ich Gebiete in München erforsche, wo ich noch nie war. Maps sind tot, leider. Aber gebt die Hoffnung noch nicht ganz auf. Und möglicherweise das nächste Event, Gesteinsevent. So, das war es von mir. Hier mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen, wie es ist. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist dieses Business.